Grüß euch, Slotblog-Freunde! Heute sind wir auf dem tiefsten Bayern und schauen uns doch mal ein wenig die BMW so. Aber ich bin ja Frankin, deswegen muss ich vorsichtig sein im Mitte im Bayerischen sprechen. Im Fränkischen sieht es natürlich ganz anders aus, da macht man ein wenig Tuning von den Autos, dass sie ein wenig schneller werden. Aber wir wollen heute das ordentlich erklären. Also, um was geht's? Ich habe hier schon etliche BMW M4 GT3 aus dem Carrera Digital 124 Programm rausgesucht. Und ich habe gemerkt, es gibt ein bisschen Unklarheiten im Bereich Tuning. Wo fängt es an, wo hört es auf, was ist extrem, was brauche ich, was brauche ich nicht, was macht aber Spaß. So, ich habe jetzt hier mal alles aufgebaut und wir gehen es einfach schrittweise durch. Vorab, die beiden BMWs mit den Tuning-Kits hier und dem Lexan-Inlay habe ich wieder zu einem Paket geschnürt, sind im Online-Shop verfügbar, zu einem Sonderpreis und ich werde dann nach der Spielwarenmesse Livestream dazu machen und wir bauen zusammen die Autos um. Also, wenn ihr umbauen wollt, schaut schon mal in den Shop rein, das ist genug da, somit ist hier jetzt keine Gefahr bei den beiden Autos. Und dann in den Newsletter eintragen, da gebe ich den Termin bekannt, wann der Livestream stattfindet. Aber auf jeden Fall nach der Spielwarenmesse, also irgendwann Mitte, Ende Februar. Zurück zum Thema, fangen wir mal ganz von vorne an. Wir kaufen uns einen Neuwagen, schönen BMW M4 GT3, kauft man sich gerne und regelmäßig natürlich. Und hier stehen jetzt ein paar. Was mache ich dann? Ich gehe natürlich erstmal direkt auf die Bahn, habe ich mit dem Auto gemacht. Gibt es etliche Videos auf dem Slotblock-YouTube-Kanal und bei dem hier, bei Male und auch bei dem in der Werkslackierung. Was ist mir passiert? Das Hinterrad hat sich verabschiedet, das ist nach außen raus, hat sich verkeilt mit der Karosserie und das Auto. Macht einen Abflug nach oben, überschlägt sich ein paar Mal, sieht in der Zeitlupe spektakulär aus, aber wollen wir nicht haben. Vorab, dieses Problem scheint bei Carriera im Griff zu sein, bei den neuen. Ich habe noch keine einzige Reklamation in Bezug auf abfliegende Räder. Von dem her, sollte es bei den beiden nicht mehr passieren. Bisher in meinem Test ist es auch nicht passiert und ich habe keine Rückmeldung, dass es passiert ist. Soll es euch passiert sein, schreibt es unten in die Kommentare. Gut, dann fahre ich mit dem Auto. Es ist mit den Originalreifen schon ganz gut unterwegs gewesen, auf der Holzbahn und bei uns auch auf der Plastik-Carriera-Bahn, auf der Vereinsbahn der Slot-Connection, aber dann möchte man ja irgendwann nächsten Schritt machen. Was ist der erste Tuning-Schritt? Ich hole mir andere Heckreifen und zwar den 64T Theodor. Der Franke wird 64D Theodor sagen, aber es ist der 64T. So und diese Reifen haben eine Besonderheit. Wir haben hier eine Außenflanke und eine Innenflanke. Die Innenflanke ist höher als die Außenflanke. Das hat einfach damit zu tun, dass die BMWs eine sehr spezielle Felge von Carriera bekommen haben. Da sind die Innen- und Außenseiten vom Außendurchmesser unterschiedlich groß. Also hier in der Mitte ist der Steg, das ist außen, das ist innen und der Reifen passt sich dieser Felge an. Gleiche Felge übrigens hier beim Audi R8 Evo 2. Auch der hat diese Felge wie der BMW. Von dem her passt auf den Audi auch der 64T wunderbar drauf. So, mit der Maßnahme kann man dann wieder loslegen. Geht auf die Bahn in Zusammenhang mit dem Einbau dieser Reifen. Empfiehlt sich dann aber schon mal in Richtung magnetloses Fahren zu überlegen. Und die BMWs haben einen Heckmagnet unter der Hinterachse, einen Mittelmagnet in der Mitte, so wie das Wort eben schon sagt. Die kann man entfernen und hat dann mit den Ortmannreifen schon mal ordentlich Grip. Man braucht dann die Magnete nicht mehr. In meiner Meinung, Magnet plus Ortmannreifen ist schon sehr viel. Also zwei Magnete plus Ortmannreifen, da geht dann viel Vollgas. Gerade die großen Kurvenradien, man muss gar nicht mehr bremsen. Nur in den kleineren und das ist schon ein extremes Fahren. Es ist halt nicht realistisch, aber es hat auch seine Fans. Also es soll hier nicht abwertend gemeint sein. Es ist dem einen, der Markt ist eben dieses extreme Fahren mit Magnet und Ortmannreifen. Die anderen halten es für unrealistisch. Aber bleibt jedem selbst überlassen, was er dazu denkt. Ein Mittelweg für das Ganze, wenn man die zwei Fronten hier gegeneinander stehen sieht, trifft man sich in der Mitte. Und was macht man? Man einigt sich. Wir lassen den Mittelmagnet drin, habe ich auch schon gesehen. Es gibt sogar eine Rennserie hier in dem kleineren Kreis, die inzwischen hier gefahren wird bei uns im Verein. Die haben den Mittelmagnet drin, Heckmagnet raus, die Ortmannreifen hinten drauf und vorne einen Frankenslot Lightkill eingebaut. Und damit fahren die ihre Rennen. Also auch das durchaus denkbar. Wäre auch die Möglichkeit mit der Magnetkonstellation, Heckmagnet raus, mit den Originalreifen noch zu fahren. Da kann man einfach mal rumspielen. Also bisher haben wir uns schon wirklich viel mit dem Auto beschäftigt, haben aber lediglich dieses Paar Reifen gekauft, zusätzlich zum Auto. Jetzt ist für viele hier Schluss. Ich muss ehrlich sagen, für mich, für meine Autos zu Hause auch. Also der hier zum Beispiel, den setze ich jetzt in keiner Rennserie ein. Den fahre ich zu Hause auf meinem Slotblockring und da mache ich hinten einen Ortmannreifen drauf und die Magnete raus. Maximal noch mit Trimmgewichten probieren. Aber in der Regel lasse ich die so und alles ist gut. Was man natürlich noch machen muss, das wäre dann der nächste Schritt, diese Reifen zu schleifen. Damit kriegt man einen besseren Grip, wenn man keine Reifenschleifmaschine hat oder kaufen möchte. Die ist ja sehr teuer, um diese Komplettachsen schleifen zu können mit den Reifen drauf. Dann einfach fahren, fahren, fahren. Der Reifen fährt sich auch ein. Ist natürlich was komplett anderes mit so einer Reifenschleifmaschine. Kann ich noch wirklich sehr viel rausholen. Aber auch hier, wenn keiner schleift, dann haben alle die gleichen Bedingungen. Somit ist das Rennen auch fair. Wenn jetzt fünf nicht schleifen, weil sie keine Maschine haben und der sechste schleift, dann würde das Rennen unfair. Von dem her einfach über das Reglement steuern. Da muss nicht jeder Reifen so geschliffen werden. Man kann so auch Spaß haben. Man kann zum Beispiel sagen, vom Rennen setzt man neue Reifen drauf alle und dann müssen alle den einfahren am Anfang. Wenn ich so einen Reifen neu habe, der glänzt sehr. Der hat jetzt erstmal richtig viel Grip. Der baut sich aber dann ab. Je nachdem, wie man fährt, schone ich den Reifen, würde der Grip länger halten, dieser Anfangsgrip. Fahre ich in jeder Kurve hier am Limit und komme ins Driften rein. Dann wird sich der Reifen schneller abrubbeln und an Grip logischerweise verlieren. So wie im echten Rennsport auch. Also das wäre eine Idee für ein Rennen. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, dann brauche ich bei jedem Rennen ein paar Reifen. Die könnte man natürlich dann die Saison überlasten. Man könnte auch sagen, ich fange Anfang der Saison an mit den paar Reifen, verklebe die und wir fahren halt 5, 6 Rennen damit. Und dann hat man aber das Problem, wie kriege ich den Reifen von der Felge runter. Ihr seht, jetzt wird es schon komplizierter. Und deswegen ist immer so eine Sache mit den Originalachsen und Felgen weiterzufahren. Wenn ich hier mal den Reifen verklebt habe, dann ist es eigentlich schwer, den wieder runter zu kriegen. Deswegen sind wir jetzt hier in den nächsten Schritten. Alufelgen. Alufelgen haben mehrere Vorteile. Zum einen, die haben den perfekten Rundlauf. Das sind Drehteile. Da eiert nichts. Die passen wunderbar. Nächstes ist die Verklebung zwischen dem Reifen und der Alufelge. Das kann ich mit Sekundenkleber machen. Verschiedenste Arten von Kleber. Da schwört ja auch ein bisschen jeder auf was anderes. Ich empfehle euch den schwarzen Reifenkleber aus dem SlotDocShop. Den setze ich seit Jahren ein. Funktioniert einwandfrei. So, und da ist jetzt einfach den Reifen wieder runter zu bekommen von so einer Alufelge. Ich muss einfach über Nacht dieses Rad mit dem verklebten Reifen in ein Acetonbad einlegen. Am nächsten Tag ist der Reifen von der Größe aufs Dreifache gewachsen. Die Felge liegt im Glas und ich habe die wieder schön sauber. Kann neuen Reifen aufziehen und aufkleben. Als nächstes kommt wieder ein Punkt, der nicht jedem klar ist. Man kauft sich eine Alufelge und hat vor, die auf die Original-Karriereachse draufzuziehen. Also ich kriege die Kunststofffelge von der Achse runter, die sind verpresst. Man kann die Achse etwas erhitzen und kriegt die Felgen runter. Aber die Achsen haben an den Enden eine Riffelung und vom Durchmesser her passt es nicht zu den Alufelgen, die ich hier habe. Die Alufelgen haben nämlich ein Loch und zwar mit dem Durchmesser 3 mm. Und dafür brauche ich dann die 3 mm Stahlachsen. Stahlachse, Felge, ich verschraube es jetzt mal nicht, zweite Felge drauf. Jetzt kriege ich dieses Teil hier so auch noch nicht rein, weil mir fehlen die Lager. Es sind zwar hier Buchsen drin, aber das sind Gleitlager, das kann man auch besser machen. Und wir kommen zum Entschluss, wir setzen Kugellager ein. Diese Kugellager passt natürlich wiederum auf die 3 mm Achse und jetzt fehlt mir aber noch die Halterung für die Kugellager in meinem Auto, also im BMW. Hier ist der Getriebekasten vom Original schon mal ausgebaut. Jetzt müssen wir irgendwie das hier hinbekommen. Dafür gibt es dann den Getriebehalter hier von Frankenslot beispielsweise und da passt das Kugellager wunderbar rein. Ich stecke es mal hier lose zusammen, das Ganze und dann sehen wir weiter und hangeln uns schrittweise hier vorwärts. So, auch erledigt. Jetzt haben wir schon Kugellager, Stahlachse und Alufelgen. Auf diese Alufelgen, die in diesem Kit dabei sind, passen jetzt nicht die 64T. Da haben wir andere Reifen dafür, nämlich die 88 766 von Frankenslot. Das sind Reifen, die sind praktisch symmetrisch. Die Flanke außen und die Flanke innen sind gleich hoch. Kann ich aufsetzen, jetzt hier natürlich unverklebt und ich habe schon mal hier eine kugelgelagerte Hinterachse. Beim Motor, da bleibe ich beim Original, der macht einen guten Eindruck. Wir haben festgestellt, dass in der Leerlaufdrehzahl die Streuung eigentlich schon messbar deutlich unterschiedlich ist zwischen den Motoren, die verbaut sind bei Carrera. Aber in der Zeitnahme hat es komischerweise immer nichts ausgemacht. Somit kann man sagen, die Leerlaufdrehzahl allein, wenn ich messe, ist nicht wirklich aussagekräftig. Deswegen fahren wir in unserer Drennserie auch den Originalmotor. Den lassen wir drin und haben jetzt über 10 Jahre damit eigentlich gute Erfahrungen. Da war jetzt kein Motor dabei, der ein kompletter Ausreißer ist und auch kein Motor, der einfach den anderen hinterher fährt oder eben fast kaputt ist. Was wir jetzt aber noch brauchen, ist das Getriebe. Hier ist ein Messingzahnrad mit 50 Zähnen und ein kleines Ritzel für den Motor mit 10 Zähnen dabei. 50 zu 10, das ist genau die Übersetzung, die ursprünglich auch hier im BMW verbaut ist. Wir ändern nichts am Getriebe, wir ersetzen aber die Zahnräder. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr das Zahnrad am Motor tauscht, weil das Ritzel, das im Original-Lieferzustand am Motor dran ist, sich nicht richtig, also es ist eine minimale Abweichung von der DIN-Norm und dann frisst sich das mit den Zahnrädern der Dritthersteller. Also es betrifft Slot Devil, Slot Invasion, Frankenslot, die halten sich alle richtig dran und Carrera hat eine kleine Abweichung, deswegen muss das Ritzel vom Motor runter und das hier in dem Fall das Frankenslot-Ritzel auf dem Motor drauf. Was brauche ich jetzt, um das Ritzel runter zu bekommen? Ich brauche einen Ritzelabzieher und dann später zum Aufpressen einen Ritzelaufpresser. Das ist das Werkzeug, findet ihr auch im Slot-Blockshop. So, nächster Schritt ist dann nur noch ein optischer Schritt. Hier im Tuning-Kit sind Felgeneinsätze mit Bremsscheibe. Dabei muss man bloß noch raus trennen aus dem Trägermaterial und dann in die Felge einpressen. Dann kann man auch noch mit einem Minipunkt Sekundenkleber fixieren. Da noch als Praxistipp nicht den Einsatz komplett außenrum mit Sekundenkleber vernetzen, verkleben, weil das bekommt ihr nie mehr runter. Also am besten einen Tropfen Sekundenkleber irgendwo hier auf die Tüte drauf, mit dem Zahnstocher reingehen und einen ganz kleinen Punkt nur zur Fixierung des Felgeneinsatzes draufgeben. So bringt man den Felgeneinsatz auch wieder runter. Warum muss ich ihn runter machen? Wenn ich den verklebten Reifen mit der Felge in Aceton reinsetze, nicht alle Felgensätze, nicht alle Kunststoffe vertragen das, dann macht ihr den Einsatz auch noch kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt sind wir optisch und natürlich technisch hinten fertig und können wieder auf die Strecke gehen. Diese Räder sind ja jetzt einzeln, das heißt, die Räder kann ich auf jeder gängigen Reifenschleifmaschine schleifen. Die am meisten verbreitete ist die Hoodie-Reifenschleifmaschine. Da setze ich den drauf und schleife den, aber ich kann auch so fahren. Also hier wieder wie bei den anderen Reifen, wenn alle nicht schleifen, ist es fair. Wenn einer schleift die anderen nicht, ist es unfair. Wenn man diesen Umbau jetzt an der Hinterachse hat, hat die Magnete entfernt, dann wird man an der Zeitnahme feststellen, wir sind jetzt schon meilenweit entfernt von der Rundenzeit, die wir gefahren sind mit dem magnetlosen Auto und den Ortmann-Reifen hinten drauf. Nicht falsch verstehen, es liegt nicht jetzt an Ortmann- und Frankenslot-Reifen, sondern an der Anzahl der Tuning-Maßnahmen, die wir jetzt hier getroffen haben und hier. Es gibt für die Felge übrigens auch Ortmann-Reifen, Ortmann-Frankenslot-Reifen. Das nimmt sich in den Rundenzeiten nichts. Nur, da müssen wir den Komplettüberblick behalten. Was machen wir jetzt? Sind wir fertig? Lehnen wir uns zurück? Der Rennfahrer lehnt sich natürlich nicht zurück. Die Rundenzeit muss weiter fallen. Was kann ich jetzt noch machen? Jetzt ist der nächste Gedanke die Vorderachse. Wenn ich die hier so anschiebe, die Original-Karriereachse, dann muss ich sagen, das war bisher bei allen BMWs, die ich jetzt offen vor mir hatte, die Achse lief richtig schön. Das ist ein Lieferzustand. Hier auch noch nicht irgendwie nachgeölt oder so. Hört man auch an einem leicht kratzigen Geräusch. Aber die Felge oder das Rad läuft richtig schön. Man sieht hier, wenn man seitlich dann drauf schaut und langsam dreht, einen Sprung. Also dieses Rad läuft nicht 100% gerade. Es läuft zwar leicht, aber ich habe hier so ein... Ja, das Rad eiert und ich habe auch einen Höhenschlag. Höhenschlag kriegt man durch Schleifen weg. Seitenschlag, wenn es jetzt die Felge ist, dann ist es ein Problem, weil ich kann die Felge zwar runternehmen, aber wie kriege ich die drauf, dass es dann auch wirklich gerade ist und nicht mehr eiert. Möglichkeit ist dann, das nächste Tuning-Kit sich zu beschaffen natürlich. Franks-Lort-Tuning-Kit auch wieder speziell für den BMW. Speziell für den BMW heißt aber in dem Fall, es ist nur speziell der Felgeneinsatz dabei. Der Vorderachsträger, Reifenfelgen, Stahlachse passt auch in andere Autos rein. Aber ich habe jetzt hier den natürlich genommen, weil ich ja optisch diese BMW-Felge erhalten möchte. Vorne ist es genauso. Wir haben einen Vorderachsträger, wir haben eine Stahlachse, wir haben Alufelgen und wir haben hier PU-Reifen auch drin. Aber die sind sehr hart. Die haben weniger Grip als Hinterreifen. Hinterreifen. Vorne möchte ich im Slot-Kaja einfach so wenig Grip wie möglich. Ich möchte nur so eine Stützradfunktion. Ich komme in die Kurve rein, das Rad stütze sich auf, hilft, dass das Auto im Slot bleibt. Wenn man diesen Reifen so anschaut, dann sieht man, dass der einen Konus hat. Also der Reifen ist schräg. Und der Vorderreifen muss so aufgesetzt werden, dass die hohe Kante außen ist. Also genau umgekehrt, wie man hinten einen Konus drauf schleift. Hinten, wenn ich einen Konus aufschleifen würde, dann ist der Innendurchmesser größer als der Außendurchmesser. Das gibt so eine Keilform im Reifen. Und vorne hat man diese Keilform hier schon vorgegeben. Durch den gegossenen Reifen. Wichtig ist, große Seite nach außen. Somit sind wir jetzt gedanklich in unserer Tuning-Werkstatt. Schon wirklich weit. Vorderachse komplett getunt, Hinterachse komplett getunt, und Magnet entfernt, Ortmann-Reifen. Vorne habe ich auch noch Reifen mit Konus. Ich könnte die Reifen natürlich auch runterschleifen. Je kleiner ich vorne einen Durchmesser mache, desto mehr Druck kommt auf die Schleifer drauf. Da kann man auch noch damit rumspielen. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch eine Maßnahme, die nicht das Fahrwerk, sondern die Karosserie betrifft. Die neuen Karosserien, die sind sehr, sehr schwer. Das hat die Ursachen, dass das Inlay, das Carrera verbaut, solche Dimensionen inzwischen annimmt. Wir haben hier einen riesigen Kunststoffbereich vorne vorm Inlay. Hier hinten ist alles massiv. Und die eigentliche Fahrerwanne ist auch aus dicken Kunststoff. Aber damit nicht genug. Es geht noch schwerer. Und zwar sieht man das hier beim BMW sehr schön. Hier sind schwarze Kunststoffteile mit eingebaut. Und diese schwarzen Kunststoffteile sind teilweise hier richtig lang. Fast die ganze Fahrzeuginnenlänge da vom Radkasten bis zum Radkasten. Und das ist alles Gewicht. Jetzt ist dieses Gewicht der Karosserie oben. Und das ist wieder schlecht für den Schwerpunkt. Je mehr Gewicht oben ist, desto wackelicher und instabiler ist das Auto beim Fahren. Und da ist jetzt der Tuningansatz, dieses Gewicht hier oben zu minimieren. Hier auch noch, seht ihr hier, ein massives Kunststoffteil für die Scheiben. Und wie bekommt man das Ganze jetzt leichter? Die Lösung, ihr erahnt es, findet ihr im Slotblock Shop. Hier gibt es das Slotblock Lexan Inlay für den BMW M4. Dieses Inlay müsst ihr einfach am Rand ausschneiden. Habe ich im Livestream schon gemacht mit diesem BMW. Also man verliert an der Optik gar nichts. Man kann auch dieses Lexan noch schön lackieren. Und dann hat man eigentlich eine schönere Optik noch als hier. Das ist ja auch alles schwarz. Es ist so, dass hier der Fahrer schon mit tiefgezogen ist, nur der Kopf nicht. Auch das Lenkrad mit Lenkgestänge ist tiefgezogen. Und somit braucht ihr nur den Fahrerkopf aus dem Inlay und den Überrollkäfig. So wie dieses Sicherheitsnetz, das hier an der Seite ist, das klebe ich hier noch mit rüber, damit ich die Details erhalte. Und es kommt unten dann in die Karosserie rein. Und das spart einige Gramm. Und diese einige Gramm bewirken auch einige Sekunden sogar. Sekunden, das kommt natürlich jetzt auf die Bahngöße an. Wenn ich eine 9 Meter lange Grundpackungspanen habe, sind es jetzt nicht Sekunden. Aber ihr habt den Test vielleicht gesehen mit dem Auto hier auf der Vereinsbahn, wie viel dieses Lexan Inlay ausgemacht hat. Und es ist eine sehr einfache Tuning-Maßnahme. Man muss sich nur überwinden, hier das Kunststoff auszubauen und teilweise hier was umzukleben. Ich bin bei dem Male auch so weit gegangen, dass ich dann hier vorne die Sachen zerschnitten habe, weil dieses Kunststoffteil hier in schwarz zu sehen, geht ja in den Radkasten rein. Und ich habe eigentlich nur, von außen brauche ich nur die Abdeckung von diesem Luftauslass. Sonst kann ich hier reinschauen. Und deswegen habe ich mir einfach den Kunststoff so zurechtgeschnitten, dass ich nur ein kleines schmales Teil habe, das mir optisch diesen Luftauslass verschließt. Und damit ist das Tuning dann beendet. Also das wäre dann Endausbaustufe, wobei es geht noch weiter. Ich kann mir jetzt überlegen, mit der Trimmung zu arbeiten, Trimmgewichte im Auto zu platzieren. Und da bietet sich der BMW eigentlich richtig gut an, weil der richtig viel Platz hat, um Gewichte reinzukleben und die Positionen zu variieren. Ich habe hinter dem Decoder einen riesigen Bereich, den ich hier verwenden kann, um meine Gewichte zu platzieren. Ich kann hier im Seitenspeller Gewichte einbringen oder hier hinter dem Decoder. Von dem her ein richtiges, schönes Auto zum Experimentieren mit Gewichten. Diese Gewichte lege ich euch auch noch kostenlos mit in das Paket rein. Somit habt ihr ein Riesenpaket für eure Tuning-Werkstatt und könnt euch, ich sage mal, wochenlang mit diesem Auto beschäftigen, um jedes Zehntel noch rauszuquetschen. Ich bin mit meinen auch noch nicht am Ende. Ich werde es weiter dokumentieren auf dem Slotblog-YouTube-Kanal. Abonniert den Kanal, dann könnt ihr es nicht verpassen. Und jetzt ab in den Slotblog-Shops, solange noch die Sachen da sind. Haut rein und dann sehen wir uns vielleicht im Online-Workshop und bauen zusammen an unseren wunderbaren BMWs. Bis dahin, viel Spaß beim Slotracing. Euer Roland von Slotblog.de. Tschüss.